Also wir sind hier gerade in Köln bei den Fortwerken und zwar heute ist der Warnstreit von der EG Metall. Und zwar war heute eigentlich interessant, viel mitbekommen, viele Leute hier gewesen und es ist eigentlich super gewesen. Also die Stimmung, die war super. Ein Erlebnis war das. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ein Mann, drei. Super Stimmung, tolle Stimmung. Die Redehaltung war super, die Stimmung war da. Und jetzt warten wir auf das Ergebnis. Es wird 5,5 Prozent gefordert und zwar, ich finde das auch gerechtfertigt. Wie gesagt, in den ganzen Supermärkten wird alles teurer und ich meine, jeder will ein bisschen mehr Geld in den Taschen haben. Und ja, ich finde das eigentlich gerechtfertigt. Also wir haben sowieso nur Gewinne abgestrichen und wollen halt auch ein Stück vom Kuchen haben. Und deshalb ist es gerechtfertigt, nur 5,5 Prozent zu verlangen. Das sind auch die Gewinne, die die Beschäftigten erwirtschaftet haben und die stehen uns deswegen auch zu. Und deswegen kann ich das Jammern teilweise nicht verstehen. Die jammern immer. Und die können es nicht lassen. Die jammern und das ist unser Geld. Das haben wir verdient. Die 5,5, die müssen wir haben. 5,5 wollen wir haben! Plus für uns und plus für alle! 2,5, die müssen wir haben!